Grüß euch! Habe die Ehre voneinander, dass ich hier sitze. Hättest du nicht gedacht, oder? Schauen wir die Geschichte an. Ich habe gerade einen sehr geilen Beitrag gesehen. Nach dem Feuerraum vielleicht zwei, drei Stück. Suche es auf, Kumpel, für die Zeit des Lockdowns. Ja, das hört sich gut an. Beschreibung. Du geilen Zaufkumpel. Sehst du so mal, wie das anläuft? Der sich auch gerne mal einen reinbimmelt. Hast du Bock, dir täglich die Batterie abzuklemmen? Ja, lauter so Sachen. Dann melde dich. Wie gesagt, ein brutaler Dank dafür. Du solltest aber etwas standfest sein. Freilich. Das war doch das. Und nicht schon nach fünf bis sechs Hülsen mit Pupillen stand umliegen. Das ist eine schwierige Frage. Fusel kannst du dir gerne mitbringen. Und dann... Ansonsten ist mein Keller noch gut gefüllt. Du, da kann ich jetzt noch nicht genau sagen. Aber wie gesagt, ich sehste dann im Mittwoch. Bitte keine Schwerstalkoholiker, die sich nur den Mund spielen wollen. Dann bin ich da einmal eingefahren. Hast du Bock, dir täglich die Batterie abzuklemmen? Ja, gesackert haben ist auch so gewesen. Der sich auch gerne mal einen reinbimmelt. Ja. Wie geil. Es gibt so nette Menschen da draußen. Es ist einfach nur herrlich. Ich hab auch nichts bei ihm gebraucht. Was ist denn mit ihm? Glaubt ihr so Sachen? Ja, die Sache ist erledigt. Haha, der ist halt auch gut. So denkt man's. Servus, habe die Ehre.